Hier haben wir unser Klasse-Simmer. Das ist sehr schön. Hier sitzen Anna und ich. Wir sitzen auf einem Stuhl und das ist ein Tisch. Ich liebe mein Klasse-Simmer. Habt ihr eine Turnhalle? Ja, und meine Klasse und ich sind hier unten und spiele alles. Wo hast du Sport hin? Im Sportzentrum gegenüber der Schule. Was spielt ihr gerne in den Pausen? Da ist viele, die spielen Basketball und Fußball. Hallo Martin. Hallo wieder. Martin, was unterrichtest du? Ich unterrichte Sport und Deutsch. Seit wann arbeitest du auf dieser Schule? Seit 999. Was machst du sehr gerne bei deiner Arbeit? Sprechen mit den Kindern. Ist du froh für seinen Lehrer hier? Ja, ich bin sehr froh. Welche Klasse unterrichtest du? Ich unterrichte in der 8. Klasse. Danke für das Interview, Martin. Ich galente. Das ist schön. Danke. Danke. Möge sein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020